Bei Menschen ist das Rückenmark dafür zuständig, um die Information von der Kleinzehe bis zum Gehirn oder auch vom Gehirn bis in die Kleinzehe zu transportieren. Hierbei wird in jeder Höhe eines Wirbelkörpers bzw. einer Bandscheibe jeweils ein Nerv nach rechts und nach links heraustreten. Kommt es hierbei zum Beispiel durch einen Bandscheibenvorfall, durch eine Einengung dieses Nerven, dann nennt man das Wurzelreizsyndrom.